Gott sei Dank gibt es hier die geilsten Laps im B5. Ich brauch Emo direkt mal. Gibt's nicht. Stimmt, da hinten kann man natürlich nur die Kiste aufbauen. Rechts und rechts. Keine Chance. Deck, Deck, Deck. Ich treffe ihn kein einziges Mal. Ja, ich kriege ihn nicht. Ja, genau. Ist so lächerlich, so lächerlich. Gewehr 1,5 ganz hinten irgendwo. Er hat mich so schnell abgeknallt, das ist ein Witz. Der wäre vor dir, weil das echt schnell ging. Ja, ne, der ist ganz weit hinten, aber der hat ja auch ein Gewehr 1,5. Das macht ja schaden, das Teil. Kannst du ja nicht mit einer popeligen Medicwaffe vergleichen. Ich habe jetzt eine Stummgewehrwaffe aufgelaufen. Muss ich auch machen, wenn ich eine sehe. Guck mal, die sind scheiße geupgradet. Alles besser als die Medicwaffen. Alles. Da kommt bestimmt gleich einer hier. Ja, Damage im Haus hier. Ähm. Was ist das für eine Waffe? In dem Haus, ich habe markiert. Das ist die MP40, die ich jetzt hier habe. Ich weiß nicht, was du hast. Keine Ahnung, ich sehe es nicht. In dem Haus ist einer drin. So. Achtung jetzt! Das ist gefährlich! Ja, da sind zwei Leute. Warst du es? Ne, ich glaube, da ist noch einer rechts. Rechts ist, glaube ich, genau im Eck, oder? Ja, ich bin bei dir, ja? Ich höre schritte Schüsse, keine Ahnung. Die Waffe jetzt von dem. Oh ja, die sieht besser aus. Ist denn nur eine MP40 am Boden? War geil. Aber dann hatte ich eine MP40 vorher, okay. Deswegen war die so langsam. Ja! Das ist wieder ein süßer Schussbetrieb gewählt! Wo ist der? Ich kümmere mich um dich! Das gibt es nicht! Gibt es denn nur einen Einzelschuss, oder was? Ne, eigentlich nicht. Ne, die Waffe ist Einzelschuss. Echt, da? Egal! Was hast du? Ich weiß es nicht. Das Gewehr 1.5 sein. Ne, das Gewehr 1.5 ist Dauerfeuer. Es gibt doch ein normales 1.5er. Ach, dann habe ich keine Ahnung. Du gebt ein Gewehr 1.5 und nennen? Sturmgewehr 1.5, das meine ich. Gibt es hier eine bessere Waffe? Ne. Das ist das geiles Ding. Wo ist der Sniper? Wo ist der? Boah, ist das ein Biest, das Ding. Alter! Was ist denn? Die M907, so ein Monstrum. Wahnsinn. Da kannst du gegen 4 Medics gleichzeitig gewinnen mit dem Ding. Ja, WTF. Ich schieße ja auch noch schneller. Alter! Ich mache es auch nicht schnell. Boah, ist die Krass, Mann! Hi, Liga. Aber ich glaube, die Scheiße ist geupgradet. Du bist präzise, wie ich hab. Ja. Ist schon so. Vielleicht kommen die von hinten, das kann auch passieren. Die kommen von der Brücke oben. Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Die scheiße upgrade, die Waffe hier. Die ist zu schnell. Ah! Komm, Schuss! Hat er sich gedacht, man sieht sich. Ja, das Iron Set ist so schlecht, das soll ich nicht tun. Ich sehe nichts. Nein! Ich sehe nichts. Dummer Rauch. Ich musste ermutzen. Erstmal. Ich hatte die Serien 1907 schonmal, aber da war die irgendwie anders vom Verhalten. Da war die präziser. Jetzt kommt immer darauf an, wie die abwürdig ist, was... Ist offenbar nicht so entstanden, die richtig zu Abgeordneten. Wenn ich die her habe... Nein! Ja, einer mit MG34 durch den Eck. Ach, das ist echt heftig, ich habe. Mega fritzige. Alle sterben links ab und ich sehe ja keinen. Ist mir beinahe gestorben? Gott. Gewehr 1 für mich. Oh, ich hab nen Kilkil noch. Wo? Wo? Ja, ist da und rechts war der. Hä? Du hast schon gedacht, oder? Ja. Häng fest. Man, ich häng fest! Scheißspiel! Genau, 180er Hill. Das Strom, das Ding ist so heftig. Reffen, 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 alle reffen. Ich bin bei dir, Soldat! Nein! Ich bin bei dir, Soldat! Nein! Ah! Alles in der Niemann! Warum seh ich die nicht? Ich lass sie da mal. Jetzt ist selber geteilt. Ach so'n geiler Typ. Sau geil, was der macht. So, ich brauch gleich Emu eigentlich. Geht's nur noch mit den anderen Waffen, die sind auch unabgegradet immer besser. Ja, alles ist besser als die Medik-Waffen. Ja, alles ist besser als die Medik-Waffen. Das ist, wenn die Teamkameraden nicht einfach die ganze Zeit blockieren. Wir kommen bei der Brücke wieder. Von links. Was? Noch welche, noch welche. Da unten ist noch einer, glaube ich. Ja! Ja! Genau! Diese Lehm ist gar nicht hoch! Da ist nur zwei. Ja, die Lehm ist gar nicht hoch. Ja, tot. Einen hab ich. Lehm ist gar nicht, oder? Weiß ich nicht. Ne, also der FCG hat nicht. Okay, Rauchmann hatte funktioniert nicht. Fetch der. Ja, boah! Ich häng für... Alter, ich häng! Ah! Movement ist so geil in dem Spiel. Nein! Oh mein Gott, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Ich brauche Emu, Mann. Scheiße. Ja, jetzt kommen jetzt da zwei Leute mehr. Alter, was ist das? Wir kommen zur Brücke hoch. Ja, ich bin auch gespielt. Ich krebiere hier noch. Auf einmal zwei Leute. Hat sie gespielt? Ach... Vielleicht trefft er mich? Ja, komm. Ja und ein MG. Geiler Typ. So ein High-Skill. Also das ist ein absoluter brutaler Profi-Spieler. Wie kann man so heftig sein? Ja, zu spät. Das ist ein Pro-Gamer, der Typ, ey. Der ist nicht normal. Endlich habe ich hier die Geile. ZK. Auffassen Soldaten! Seht ihr? Den Selbstlader oder was hast du? M1907. Der war ja schon in BF1 und hieß. Achtung Mine, Mine, Mine! So, die ist rum bei der Brücke oben und... Hier links, links. Gibt der noch? Einen, da ist noch einer. Der ist außenrum gerannt, der ist außenrum gerannt. Ja, das ist gefährlich! Ja, genau! Das ist der Null. Das ist Null. Wir hatten ja so oben hier. Geiler Typ. Wo waren die? Ja. Haschne. Ja! 99 habe ich. Ja, ich habe einen Ding gemacht. So, rechts. Scheiß MG. So. Rechts. Einfach geil, wenn man einfach gegen jede Klasse verliert, das ist zu fern. Oh mein Gott. Aufpassen! Da ist Gefahr! Hinten beim Haus. Hinten beim Haus. Hä? Hä, was von hinten? Was? Gleich haben sie gewonnen! Achtung! Das ist gefährlich! Wir können sie einflanken. Hier bei mir, bei mir, bei mir! Scheiße! Hilfe! Hilfe! Wie fühlst du eigentlich? Du rennst immer weg! Soll ich da hingehen, wo ich unsicher bin? Ja, genau! Moment! Ja, du Hurensohn mit dem Piatt! Richtig geiler Typ! Ja, das ist natürlich nicht vorhersehbar, dass so ein Wichser da kommt. Also, ich habe die Rakete wieder in die Fliegen gesehen. Ich habe es auf Video, da war nichts. Ja, es gibt ja mehrere. Die Piatt, da kann es sein, dass es nicht siehst, weil die direkt von oben kommt. Aber bei der Panzerfaust, siehst du... Was sind die Piatt für ein Scherz? Du kannst niemals reagieren. Du siehst, bist du eigentlich schon tot. Geiler Tod. Kurze Runden, Ende noch ein Tod. Das kann man sich natürlich schon gönnen. In so einem beschissenen Missspiel. Was ist denn das für ein Sp... Alter, wie viele Gegner sind die hier bitte? Seid wachsam! Sieh das! Ich werfe ne Bombe! Das ist unnormal, was ich hier irgendwo haue. Abnormal. Einer ihrer Sturmsoldaten! Da drüben! Da drüben! Rechts! Willkommen zurück, Soldat! Dive! Woah! Immerhin noch MVP! Ja, und sonst... Ja doch, es war knapp. Jawoll, endlich mal am besten Squad! Boah, ich bin ganz vorne, egal. Das ist mein geiles Magazin. Deine geile Waffe. Hast du mal den Griff gesehen? Richtig krass.